Für sie hat es sich bereits gelohnt. Im Mai gaben Bibi Klaassen und Julian Klaassen völlig überraschend das Ende ihrer Ehe bekannt. 13 Jahre gingen die beiden Seite an Seite durchs Leben. Die YouTuberin wurde bereits kurz danach immer wieder mit einem neuen Mann gesichtet, Timothy Hill. Und auch Julian scheint sein neues Single Leben voll auszukosten. Er wurde öfters flirtend mit Frauen gesehen, mit einer Dame soll er nun sogar einen gemeinsamen Urlaub verbringen. Und das Gerücht sorgt dafür, dass die Abonnentenzahl der Beauty explodiert. Tanja Makarik soll die neue an Julians Seite sein. Seitdem diese Vermutung die Runde gemacht hat, scheinen sich auch die Fans des YouTubers für die Beauty zu interessieren. Am Montag um 13.30 Uhr hatte Tanja noch niedliche 900 Abonnenten auf Instagram. Nicht einmal 24 Stunden später steigt ihre Followerzahl fast im Minutentakt. Inzwischen folgen Tanja über 17.100 Menschen, Stand 21. Juni 11.15 Uhr auf dem sozialen Netzwerk. Auch die Beiträge der Brünetten sind voll mit Kommentaren von Fans, die wissen wollen, was da mit Julian geht. Erzähl mal, bist du mit dem Julian zusammen? Dann müssen wir nicht mehr spekulieren, forderte eine Followerin unter Tanjas Bildern. Eine andere fragte direkt, wie läuft es mit Julian?